so hallo und willkommen zu einem angespielt oder schauen wir mal und zwar spacebase startopia zur verfügung gestellt von calypso media thank you for the game key to enya und ja wir können jetzt reingucken ich habe jetzt aktuell den 25 ich hätte schon ein paar tage vorher aber ich habe zeitlich nicht geschafft gucken wir rein damit dann pünktlich am 26 um 10 uhr rauskommt wenn die ja oder was später ja genau 26 3 21 um 10 uhr hält dann die begrenzung ab dann darf ich dann frei zeigen gut wir sollen uns jetzt also das ist nach dem launcher ist das das was wir zu sehen kriegen also wir fangen mal an starte begrüßung willkommen zurück commander 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 ich nehme den willkommen im spacebase startopia testzentrum super ich hoffe sie hatten einen guten flug ich würde jetzt gerne text und audio effekt musik lautstärke sehr schön effekte nehmen ein bisschen zurück übernehmen oder das ist klar autosave intervall zehn minuten das ist so richtig fps limit 60 v sync ist an super dann wollen wir ein start ich bin ja mal gespannt jetzt wenn das video online ist dann ist es auch auf steam verfügbar und ich bin mal gespannt tutorials einführung bauen ja fangen wir mal an willkommen im einführungslehrgang grundlagen von startopia command r ehe sie von r f s auf die bekannten galaxien losgelassen werden können sind wir verpflichtet ihnen diese einführung anzubieten dies hat vor allem versicherungstechnische gründe aber keine sorge wir halten das so kurz wie möglich in diesem szenario werden ihnen die grundlagen der steuerung ihre star topia basis simulators näher gebracht okay sorry für den kurzen cut so jetzt bereit initiere begrüßungsprotokoll willkommen beim einführungslehrgang grundlagen von startopia command r um weitere informationen zu erhalten öffnen sie zunächst die benachrichtigung im benachrichtigungsbereich okay hier werden ihnen nützliche informationen über ihre station angezeigt bewegen sie ihre kamera um sich einen überblick über die station zu verschaffen h s d q und e ihre aufgabe ist es eine startopia basis aufzubauen und in einen für aliens angenehmen ort zu verwandeln okay die wichtigste grundlage dafür sind ihre arbeitsdroiden auch fuzzis genannt allerdings verfügen fuzzis nur über eine begrenzte interne energiemenge damit sie aufgeladen werden braucht es eine fuzzis ladestation command r errichten sie mit hilfe des baumenüs eine fuzzis ladestation okay baumenü platzieren sie das hologramm an der von ihnen designierten stelle und bestätigen sie den bauauftrag für ihre fuzzis das hologramm wird blau angezeigt wenn die von ihnen designierte stelle nutzbar ist okay warte mal kann ich das wieder entfernen wird nämlich gerne genau ein bisschen platzsparend die fuzzis bauen das jetzt die fuzzis ladestation wurde errichtet commander der energie kern ihrer star topia basis kann eine begrenzte menge an energie die universelle währung aller bekannten galaxien speichern wird ein raum errichtet wird die benötigte energie aus ihrem energie kern entnommen und der maximale speicherplatz des energie kerns um die höhe der aktivierungs energie des raums blockiert in krisenzeiten kann ein raum deaktiviert werden um beides schnell zurück zu gewinnen wie schon eingangs erwähnt ist es ihre aufgabe ankommende alien besucher bei laune zu halten eine fuzzis ladestation ist dafür ungeeignet nur wenige aliens können einem starken stromstoß etwas abgewinnen öffnen sie bitte das baumenü ihres basis wählen sie nun bitte die kohle aus in diesem lehrgang wollen wir ziehen sie bei diesem raum zunächst die bodenfläche auf die der raum einnehmen soll beachten sie dabei mindest und maximal größen der raum wird blau dargestellt wenn er so errichtet werden kann okay wenn man sie jetzt einen raum machen ja jetzt hatte mal ja ja warte ein bisschen kleiner ich meine wir sollen ja da leute bei laune a länger geht nicht dann nehmen wir mal das halbe flächeln sie können einen raum variabler größe selbst ausstatten commander im baumenü werden ihnen die verschiedenen objekte angezeigt sogenannte pflicht objekte in diesem fall die tür sind mit einem stern markiert und müssen notwendigerweise in den raum gebaut werden damit dieser errichtet werden kann klar platzieren sie nun eine tür beachten sie dass ein raum oft auch die optionalen objekte beinhalten sollte um seine volle funktion zu entfalten aliens können beispielsweise an den optionalen objekten der kohle ihre grundlegenden bedürfnisse wie beispielsweise essen oder schlaf befriedigen platzieren sie nun einige optionalen objekte hydro clean klingt irgendwie eine waschmaschine oder so so schokoreplikator und sushi maschine natürlichen schokorepli der sogar wichtig und sushi natürlich für mama die koje wurde erfolgreich platziert lehnen sie sich nun zurück und begutachten sie wie elektronische einheiten die eigentliche arbeit machen commander sie machen das übrigens ganz hervorragend das ist soll ich ihre ration an nährschleim erhöhen oh ich sehe das wurde bereits gemacht warum schwingt er da automatisch auch ein anziehender wie meine sensoren erfassten wurde ihr nichts tun belohnt wenn ihre besucher ihre bedürfnisse auf der station befriedigen bekommen sie dafür prestig eine von rfs ermittelte pseudowährung die sie für neue befugnisse wie beispielsweise neue räume und andere nützlichkeiten verwenden können ok schalten sie über das forschungsmenü die kommunikationszentrale frei forschungsmenü kommunikationszentrale beischalten exzellent commander in der kommunikationszentrale arbeiten bagratorianer daran funksprüche zu empfangen dies ist äußerst nützlich um sie auf verschiedenste ereignisse hinzuweisen die sie zu ihrem vorteil nutzen können ok errichten sie nun bitte die kommunikationszentrale jo ok komm link geht ja schon ein bisschen ne läd hast du nicht steuerung auch nicht hüfte auch nicht ok ok warten sie bis ihre futzis den raum errichten ja futzis haut mal rein da ach guck mal jetzt völlig wow jetzt gemacht commander damit die kommunikationszentrale auch funktionstüchtig ist müssen sie noch bagratorianer anheuern nix sie können dies über die detailansicht der entsprechenden aliens vollziehen bagratorianer über die alien übersicht andere alien übersicht können sie alle besuchen exzellent commander sie haben ihren ersten bagratorianer über die alien übersicht angeheuert reicht der warum werde ich hier immer hingezogen das ist nicht richtig naja es gibt noch kein first day patch und das ist so eine vorab version wo ich direkt zugang zu bekommen habe äh hä was macht der denn jetzt alter ein bagratorianer hat seine arbeit in der kommunikationszentrale aufgenommen kaffee ist immer gut ne digger exzellent commander sie haben nun gelernt die virtuelle kamera zu bedienen räume zu platzieren und aliens anzuheuern in vergangenen zeiten war dieser einführungskurs ausreichend um eine star topia basis zu leiten nach einer internen bewertung der gestiegenen zahl an todesfällen wurde der lehrgang aber mittlerweile erweitert im nächsten lehrgang lernen sie alien besucher bei laune und am leben zu halten voll cool willkommen im einführungslehrgang besucher auf star topia command r initiere begrüßungsprotokoll willkommen beim zweiten teil des einführungslehrgangs grundlagen von star topia command r commander ich habe mir erlaubt ihnen die notwendigsten räume bereits vor zu platzieren ach warum die zeit für diesen lehrgang in zeit ökonomisch vertretbare rahmen zu lenken die grundlage aller star topia basen sind die alien besucher die an bord kommen alle besucher tragen eine gewisse menge an energie bei sich den sie nur zu gerne ausgeben wenn sie dafür ihre bedürfnisse befriedigen können diese station begeistert ihre besucher im moment noch nicht besonders nö höre mich auch nicht um einen schnellen überblick zu bekommen können sie sich über die stationswertung informieren öffnen sie zunächst die stationswertung command r beginnen sie mit der ausführung exzellent commander dank der stationswertung können sie sehen was aliens von ihrer basis halten und anhand der spitter kommentare ihrer besucher bestimmen was die probleme auf star topia sind im moment scheint es beispielsweise ein problem mit schlechter luft zu geben um dieses zu beseitigen habe ich einige atmosphäre filter crates bei ihrem energiekern materialisiert scheiße man twitter hardcore sie können übrigens auch eine detailansicht zu praktisch jedem objekt öffnen und damit sind selbstverständlich auch aliens gemeint um weitere informationen zu erhalten ok errichten sie nun bitte die atmosphäre filter ja gut wie mache ich das benutzt u2 nein fusi ladestation recycling station ist es auch nicht ja wenn sie einen raum objekt drücken sie linke maustaste um die totalen sich zu öffnen bestätigen sie mit shift linke maustaste für ein schnell zugriff rückgeschäft da muss wieder irgendwas bei sagen ok ok jetzt weiß ich was los ist essen trinken schlaf ne die dinger da sind ausgezeichnet commander sie haben nun gelernt wie man den materie speicher benutzt nö weiß ich noch nicht aber werde ich gleich rauskriegen commander zur verbesserung ihres verständnisses habe ich mir erlaubt in der virtuellen kamera die atmosphären verteilung anzuzeigen blaue bereiche sind in ordnung während rote bereiche unangenehme luft beinhalten und für unmut bei ihren besuchern sorgen sie sollten die atmosphäre filter vornehmlich in roten bereichen platzieren ich sehe keinen roten bereich kollege das hier ein subdeck springen spiel ist ja cool commander das bedürfnis eines aliens nach trinken hat einen kritischen wert erreicht sie sollten ihre koje im auge behalten und eventuell mehr trinkmöglichkeiten auf subdeck und fundeck zur verfügung stellen einfach ich habe es noch nicht begriffen auch nicht rechte Maustaste ist das Baumenü aha noch mal shift klick loslassen klicken alles klar jetzt habe ich wieder eingesammelt auspacken die brauchen bessere luft hier die jungs was wollten die jetzt haben genau wir haben erfolgreich Atmosphäre Filter errichten genau wechseln sie nun bitte auf das Fundeck auf das Fundeck oh das ist interessant Commander bislang haben wir uns auf das Subdeck beschränkt tatsächlich bestehen viele der Star Topia Basen aus mehreren Decks das Fundeck ist der Vergnügungsort für ihre Aliens und dort sitzt ihnen die Energie besonders locker aha klar logisch Vorsichtshalber habe ich auch hier bereits einige Räume für die Grundbedürfnisse vorplatziert damit ihre Besucher nicht immer wieder über den Lift zurück in die Koje auf das Subdeck laufen müssen gut neben diesen Grundbedürfnissen sehnen sich Aliens aber später auch nach Unterhaltung klar um weitere Räume zu errichten müssen wir jedoch zunächst das Fundeck erweitern öffnen sie ein Shot auf dem Fundeck um den Sektor dahinter einzunehmen machen wir sehr gut Commander hinter der Schleuse ist eine Disco bereits fertig errichtet worden diese sorgt für Unterhaltung bei ihren Besuchern allerdings wird sie noch nicht mit Strom versorgt und ist deshalb nicht funktionstüchtig ah die Maus abseits des initialen Fundeck Sektors müssen die energiehungrigen Räume des Fundecks mittels Energieverteilern an das Stromnetz angeschlossen ja ist auch klar außerdem arbeiten Celebramer in der Disco und unterhalten die Tanzenden mit feinster Musik ok also Celebramer kaufen habe ich das richtig verstanden? Celebramer ausgezeichnet Commander Sie haben Celebramer angeheuert Sie müssen nun lediglich noch die Disco mittels eines Energieverteilers aktivieren alles klar Energieverteiler Hydroclean Arcade mhm ah Energieverteiler das kriegen wir doch hin Quatsch ja mit der Mucke kriegen wir bestimmt noch Probleme Optionen ne Text, Audio, Effekt, Musik, Laustellen naja schauen wir mal natürlich hab ja gerade was gesehen hoch hoch da ist voll aufgedreht ok Hallo wo sind denn meine Fuzzis ich hab doch Fuzzis achso das ist mein Problem ich wandere immer mit der Maus irgendwo hin und die ist hier auch gleichzeitig die Kamerasteuerung ja ok keine Fehler sondern liegt an mir bin ich nicht gewohnt sehr gut sehr gut Commander ja die Disco ist nun funktionstüchtig geilo dass jeder Energieverteiler wortwörtlich Energie verteilt und somit konstant an ihren Energiereserven zehrt exzellent Commander sie haben nun gelernt die Bedürfnisse ihrer Besucher zu analysieren und das Fundeck zu benutzen ok krieg ich auch mal jammer nächste Mission jetzt 10 das Tutorial voll gut willkommen im Einführungslehrgang Biome auf Startopia Command R in diesem Szenario befassen wir uns mit dem Biodeck auf Startopia das sofern verfügbar nicht nur den Alien Besuchern eine heimelige Atmosphäre vermittelt und deren Bedürfnis nach Natur befriedigt sondern dessen Pflanzen auch für wichtige Ressourcen auf Startopia sorgen imitiere Begrüßungsprotokoll willkommen beim Einführungslehrgang Biome auf Startopia Command R Commander sie müssen wissen dass Crates leider eine Maximalhaltbarkeit besitzen diese zu lange nur herum gehen sie kaputt und sind lediglich noch in Form gepresster Müll um dies zu vermeiden können Crates in einem Frachtraum eingelagert werden wo sie in einer Temporalschleife davor geschützt sind kaputt zu gehen in der Temporalschleife ich habe bereits einen Frachtraum vorplatziert grundsätzlich kümmern sich ihre Phasis selbstständig darum Crates einzulagern sie können diese aber auch unterstützen und mittels des Materiespeichers Crates aufnehmen und in den Frachtraum beamen jo das habe ich gerade Command R beginnen sie mit der Ausführung na shift so ist voll der Kasten okay commander eine Crate ist kaputt gegangen was was nein sie dient nun höchstens noch als Müll für die Recycling Station bitte versuchen sie ausreichend Platz im Frachtraum zur Verfügung zu stellen produzieren sie mehr Phasis oder helfen sie mittels des Materiespeichers selbst mit Crates einzulagern und auch hier famos wie sie diese einfache Aufgabe gemeistern haben ja toll Crates erhalten sie auf unterschiedlichsten Wegen im Zuge dieses Lehrgangs werden wir uns aber auf das Biodeck konzentrieren wechseln sie nun bitte auf das Biodeck ne der Crate ist im Sack und da kümmern die sich drum Biodeck Willkommen auf dem Biodeck Commander Geil Hier gibt es verschiedene Biome in denen verschiedenste Pflanzen wachsen Ist eine Pflanze vollständig ausgewachsen kann sie über ihre Detailansicht geerntet werden Bei diesem Erntevorgang werden die Pflanzen durch Molekulartransmutation in Ressourcen umgewandelt und sofort in Crates verpackt Aha Aber die werden doch schlecht Und durch produzieren Sektoren auf dem Biodeck auch noch Sauerstoff-Grates, die für Atmosphärefilter benutzt werden Cool Diese Produktion korreliert mit der Anzahl an Pflanzen in diesem Sektor Nein, 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 so Warte mal, so Aha Ernten Rechts ernten Kann man sich die Fussis jetzt darum Rechts ernten Na kommt gleichzeit nur Sauerstoff bei einem Staat Cool Mach ja nur Sinn Acceptable Arbeit Commander Manuelles Ernten von Pflanzen kann mühsam sein Glücklicherweise können sie Drüaden anwerben, die die Ressourcen von Pflanzen ernten, ohne das Gewächs zu zerstören und auch neue Pflanzen anbauen Ich rate ihnen dringend, davon Gebrauch zu machen Commander, angeheuerte Drüaden bauen sich übrigens ihre eigenen kleinen Bauer Gratuliere, Commander, sie haben erfolgreich Drüaden angeheuert Ja, Mann Als nächstes sollten sie lernen, das Biodeck zu terraformen Öffnen sie dazu die terraforming ansicht Dies ist logischerweise nur auf dem Biodeck möglich Natürlich könnte die Kamera kippen, aber ich kann nicht bestimmt All die haben das echt nice gemacht Die Figuren sind alle einzeln richtig Ja, hat auch mit der Maus zu spielen, Olli Drüadina Richtig schön So, ich soll jetzt hier terraformen Okay Terraforming Commander, wie schon erwähnt, können sie das Biodeck nach eigenem Gutdünken terraformen und unterschiedliche Biome anlegen Jedes Biom hat seine eigenen Pflanzen, die unterschiedliche Ressourcen beim Abernten ergeben Außerdem kommen Alien-Besucher auf das Biodeck, um dort ihr Bedürfnis nach Übrigens können sie die Terraforming Übersicht nutzen, um ihren Drüaden anzugeben, in welchen Biomen sie Pflanzen anbauen und ernten sollen Terraformen sie nun einen Teil des Biodecks Okay Terraform Wasser Ah, ah, okay Ja, okay, das Prinzip Verstehe ich Ausgezeichnet, Commander Terraformen sie nun bitte noch einen Teil des Biodecks zu Regenwald Zu Regenwald Hm Exzellent, Commander Sie haben nun gelernt, Crates einzulagern und das Biodeck zu terraformen Ich beglückwünsche sie zum Erlernen dieser trivialen Fähigkeiten Aha Ach, wie ist denn durch? Willkommen im Praxislehrgang, Command R In diesem Szenario befassen wir uns mit dem bisher erlernten und versuchen dieses Imitiere Begrüßungsprotokoll Willkommen beim Praxistest, Command R Hier sollen sie lernen, die alltäglichen Probleme zu beseitigen, die beim Betrieb einer Startopia Basis auftritt Diese Station ist eine ziemliche Katastrophe, Commander Einige Räume sind deaktiviert, Angestellte haben Wutentbrand gekündigt, Müll ist allgegenwärtig und ihre Fuzzis sind liegen geblieben Also etwa 5 Minuten, nachdem ein R F.S. Angestellter das Ruder übernommen hat Sie sollten die Fuzziladestation wieder aktivieren, um ihre Fuzzis aufladen zu können Die anderen Probleme werden am besten zunächst mit den verschiedenen Scanmodi identifiziert Command R, beginnen Sie mit der Ausführung Okay Fuzziladestation Ähm, aktivieren Commander, die Fuzziladestation ist nun aktiv Beamen Sie einen Fuzzy mittels des Materiespeichers dorthin, damit dieser aufgeladen werden kann Fuzziladestation Fuzziladestation Obwohl ich kann ja mehrere mitnehmen Einfach, ich brauch da kein Schiff für Die sind so cool, die Jungs Die Fuzzis. Ausgezeichnet, Commander. Ein Fuzzy hat nun wieder interne Energie. Theoretisch kann dieser nun anderen Fuzzis Starthilfe geben, aber sie können die Station deutlich schneller wieder in Betrieb nehmen, wenn sie auch die anderen Fuzzis noch aufladen. Bin ich bei. Kommander, mittels der verschiedenen Scan-Modi können Sie leicht Probleme auf der Station ermitteln, beispielsweise, wo die Atmosphäre gerade besonders schlecht ist. Ich rate Ihnen dringend, diese zu... Oha. Äh, hupser. Okay. Ich hab's immer noch mit der Maus. Ich will immer noch mit der Maus wählen. Was ist denn hier los? Sind alle Wut entbrannt, ne? Ganz schön siffig. Da machen wir mal schnell ein bisschen sauber. Alter, voll das ungeziefer hier. Was denn da los? So, pass auf, was hier? Röhrenreft. Commander, die Kommunikationszentrale hat eine Nachricht über einen galaktischen Putztrupp empfangen. Sie sollten sich das einmal ansehen. Okay. Eine intergalaktische Putztrupp bietet seine Dienste für 2200. Weiter im Müllleben aufräumen lassen. Aufräumen lassen. Okay. Okay. So. Dann. So, was müssen wir jetzt machen? Die sind am Feiern. Die machen Party. Ich und meine Maus. Was ist mit dir? Weil, wegen, dekonstruieren, bearbeiten, aktivieren. Ja, geht nicht. Ey, lass doch mal die Maus, wo sie ist. Aktivieren geht auch nicht. Ich muss also die Reihe abarbeiten. Oh, da gibt es eine Ansage. Wir haben Informationen über eine Sonneneruption. Dekodiert. Die ultimationen Sonnen. Sehr schön. Was an Telgoa-Arbeitern. Telgoa. Aha. Vier Telgoas brauche ich also. Puzzis. Telgoa. Eins, zwei, drei, vier. Der ist aber ganz schön unglücklich. So, next. Okay, das ist erledigt. Next Step. An Stromnetz angeschlossene Räume. Ich muss die Räume irgendwie an Stromnetz anschließen. Ich habe natürlich bestimmt nicht aufgepasst. Lass mich mal gucken. Wachstum, Atmosphäre. Biodeck. Sieht auch nicht viel besser aus. Was hat er denn? Die Kommunikationsanlage hat eine Nachricht von einem reisenden Doktor. Ein reisender Doktor. So, was hast du? Akku 98%. Bau Fuzzi. Great Fuzzi. Hm. Der will was bauen. So, kranke Aliens. Anwerbung. Dummies. Grasulana. Grasulana. Wie viele brauchen wir denn? Vier. Die sind alle ziemlich unglücklich. Eins, zwei, drei, vier. Commander, die Krankenstation scheint wieder vorschriftsmäßig zu laufen. Super. Gute Arbeit. Haben wir auch. Vier Müllroboter soll ich, ne? Betreibe Müllroboter. Müllroboter, Müllroboter. Dann zwitsch ich den doch um. Commander, ein Objekt ist kaputt gegangen. Glücklicherweise kümmern sich Ihre Fuzzis automatisch um dieses Problem. Wie üblich müssen Sie nichts tun. Sie können den Reparaturauftrag aber in der Detailansicht priorisieren. So. Commander, Ihre Fuzzis haben ein Objekt erfolgreich repariert. Putzfuzzy soll so sein. Ja, automatisch. So. Müllroboter. Terraformen Sie einen Teil des Biodecks und füllen Sie mit Wasser. Alles klar. Auf zum Biodeck. Commander, die Atmosphäre an Bord ist stellenweise so schlecht, dass sich Besucher beschweren. Bitte errichten Sie ein paar Atmosphärefilter. Ja, werde ich gleich. Was ergeht nicht? Jung. Terraform. Nein. Ah, rechte, linke Maus. Das ist cool. Oh, mein kleines See. So. Wasser. Wasser. Ausgezeichneter Commander. Es scheint, als hätten Sie das mit dem Bedürfnis nach Natur in den Griff bekommen. Hm. Atmosphärenfilter. Hop-Deck, was willst du denn? Putzfuzzy, putz doch. Putz, putz doch. Atmosphäre. Woje. Putz, die Ladestation. Roboter. Brauche ich einfach so. Und Atmosphärefilter. Oh ja, hier ist echt dicke Luft. Ah, ich springe wieder mit der Mausbombe. Selber schuld. Alles wird gleich wieder gut. Meine lieben kleinen Aliens. Atmosphäre. Energie. Gut, das haben wir. Betreiberatmosphärenfilter sind im Aufbau. Commander, schön zu sehen, dass Sie einen Atmosphärefilter gebaut haben. Jupp. Was hat der denn hier? Mach automatisch. Commander, die Atmosphäre an Bord scheint sich normalisiert zu haben. Ja. Ich denke, wir können diesen Punkt abhaken. Sehr schön. Ein Arbeiter ist wütend. Atmosphäre, ja, habe ich schon erledigt. An Stromnetz angeschlossene Räume. So, das heißt, ich muss dann hier so ein... Was war denn das da? Nee. Putz, die Ladestation, Kommunikationszentrale, Krankenstation. Brauchen wir eine Ratsrecyclingstation oder haben wir so... Nicht, glaube ich, so ein Ding haben wir. Wie ist denn jetzt dieses... Oh Mann. Hilfe. Hilfe. Werbebildschirm. Hm, Unterhaltung. Speichert gerade. Schreckt das nach. Koje, Ladestation, Kommunikationszentrale, Krankenstation, Recyclingstation. Müllbotter, Atmosphäre, Bio-Bot. Geht alles durch. Ich weiß nicht mehr, wo der Strom war, nee. Wachstum. Atmosphärenqualität. Uh, die ist nicht so gut. Energie durch Mullverwertung. Okay, läuft. Jetzt muss ich nur noch irgendwie so ein Stromding da setzen. Volumen. Ah, da müssen wir ein bisschen besser werden. Raum mit fester Größe. Ich finde den Kommunikation. Grüß es auf, Aktivierungskosten. Ruhe. Ah. Ich finde das Energiebombs-Ding da nicht mehr. Schlechte Nummer, Junge. Ich habe keine Ahnung, das sind die Angestellten, Aliens, Recycling, Wildshop, Stationswertung. Lange Wartezeiten. Sauber, Hygiene, Rui. Gute Getränke. Hm, unsere Wertung steigt. Hilft mir aber trotzdem nicht, dass ich die Energiegeschichte da nicht finde. Koje. Kommunikationszentrale. Krankenstation. Recyclingstation. Kraftraum. Fabrik. Sicherheitszentrale. Brick. Läuse. Raumhafen. Hm. Ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Durchbenutze... Sie sollten die Stationswertung etwas mehr beachten. Ihre aktuelle Wertung ist nur unteres Mittelmaß, wie der Rest ihrer Karriere. Du bist ganz schön reißt. Was ist hier los? Warum stinken die? Dann lass doch mal die Maus, wo sie ist. Was hat der denn für ein Problem? Beförderung. Ich bin auch nicht zufrieden. Automatischer Modus. Namen klicken und den Eintritt. Die kannst du meinen Namen geben. Ist ja cool. So, jetzt muss ich... Irgendwie das Stromnetz anschließen. Ich habe halt echt nicht aufgepasst. Hier haben wir, glaube ich, ein Problem, ne? HydroClean Master. Der hat ja keinen Strom. Genau. Aber hier? Base Trucker. Hm. Pauschal Touristen. Ich muss hier irgendwie Strom rein kriegen. Aber ich komme nicht an dieses... Energie durch Müllverwertung. Ja. Was haben wir hier? Hotel Space Mini. Space Disco. Kaffee. Arcade. Schlafkapsel. Müllroboter. Atmosphärefilter. Energieverteiler. Jetzt wird doch ein Sinn draus. Watze-Fatze hier. Ausgezeichnet, Commander. Sie scheinen das Müllproblem in den Griff bekommen zu haben. Nicht nur das. So. Hier wird's... Puh. Hier stinkt. Ganz ehrlich. Puh. So. Mal weiter gucken. Hm. Kann man nicht so überhinspringen? Ähm. Okay. Wollen die Fuzzis hier nicht bauen? Priorisieren, ne? Reparieren. Details. Aha. Wird nicht gebaut? Nö, nö. Kann ich mir nicht einfach so ein Fuzzi schnappen? Bau Fuzzi und YOLO. Müsste es doch jetzt eine Aufgabe haben, Jun. Bezeichnet, Commander. Commander. Alle Räume auf dem Fundeck werden nun mit Strom versorgt. Aha. Exzellent, Commander. Sie haben nun gelernt, mit größeren und kleineren Problemen auf Startopia umzugehen. Laut RFS sind Sie nun bereit, sich dem Abschlusstest in mehreren Testszenarien zu stellen. Meinen Glückwunsch. Super. Abgestiegen. Naja gut, verdient Energie durch Müll. Also auch schon richtig, ne? So. Willkommen im Einführungslehrgang, Kampf auf Startopia, Command R. Nicht jeder Konflikt lässt sich durch Diplomatie und Dialog lösen, Commander. Tatsächlich sind es erstaunlich wenige Konflikte, die so beigelegt werden können. In diesem Szenario befassen wir uns deshalb mit den militärischen Möglichkeiten auf Startopia. Okay, aber ich denke, für den Angespielt haben wir jetzt genug gesehen. Könnt selbst entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Könnt ihr immer schön in die Kommentare schreiben. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir uns beim nächsten Angespielt wieder. Vergesst nicht zu kommentieren und zu bewerten. Und ja, wenn das Interesse da ist, können wir vielleicht mal, ja, doch ein bisschen live spielen oder so. Mal gucken. Naja gut, ich sag dann, danke fürs Zusehen, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.